Hallo meine Lieben, dieses Video richtet sich an Frauen, die so wie ich in der Mitte ihres Lebens angekommen sind, mit ihrem Leben zufrieden sind, sich in ihrem Körper wohlfühlen, vielleicht so wie noch nie in ihrem Leben und plötzlich draufkommen, dass mit ihrem Gesicht komische Dinge passieren. Ich habe mich vor fünf Jahren auf die Suche gemacht nach Methoden, die gegen Falten und gegen die Hautalterung helfen, weil ich Zornesfalten bekommen habe und nicht glücklich war damit. Ich habe einfach immer so ausgesehen, wie ich mich nicht gefühlt habe. Ich habe tatsächlich Methoden gefunden, von denen manche geholfen haben, also meine Zornesfalten sind tatsächlich weggegangen und ich habe vier von den Methoden, die ich wirklich sehr effektiv erlebt habe, in meinem Buch Schistatt Botox zusammengefasst. Das sind Methoden, die man selbst anwenden kann. Das Buch ist auch so geschrieben, dass du diese Methoden mit ihm erlernen kannst und es ist nicht notwendig, dass du alle vier anwendest. Jede Methode für sich hilft. Wenn man zwei kombiniert, erfahrungsgemäß ist man dann einfach effektiver. Da ich die Nachfrage nach Kursen nicht mehr ohne weiteres bedienen kann, weil es schreiben mich Frauen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum an, habe ich einen Online-Kurs zusammengestellt, damit wirklich jede Frau zu jeder Zeit auf den Kurs zugreifen kann. Und den möchte ich dir hier kurz vorstellen. Es war mir wichtig, Methoden zu finden, die ich selbst anwenden kann, die ganzheitlich wirken und natürlich die effektiv sind. Alle vier kommen aus dem fernen Osten. Das Schrüpfen und das Schaben sind zwei Massagetechniken, die seit Jahrhunderten erfolgreich in China praktiziert werden. Richtig angewendet helfen sie im Gesicht Falten zu mildern, Schwellungen verschwinden zu lassen und unterstützen die Kollagen- und Elastinproduktion. Die Effekte sieht man sehr schnell. Gesichts-Yoga unterscheidet sich von der regulären Gesichtsgymnastik ebenfalls durch ihren ganzheitlichen Ansatz. Sie festigt das Gewebe auf eine schonende Art und Weise und strafft die Gesichtskonturen. Das ist sehr wichtig, damit das Gesicht aus der Tiefe heraus der Haut guten Halt geben kann. Dien-Charme ist eine wenig bekannte Reflexmassage im Gesicht, die aus Vietnam kommt. Ursprünglich gegen Körperbeschwerden angewendet, sah man im Laufe der Jahre, dass sie als Nebeneffekt das Gesicht so stark energetisiert und damit strafft, dass es seine Jugendlichkeit viel länger behält. Du lernst durch diese Methoden viel über die Mechanismen, die dein Gesicht jünger oder älter wirken lassen, und lernst diese zu beherrschen. Das Gefühl der Schwere im Gesicht, Müdigkeit und Aufgequollensein, wird sich als erstes vollkommen verabschieden. Als nächstes wird dein Gesicht straffer und frischer wirken, die Tiefe der Falten verringert sich, einige verschwinden ganz. Du lernst hier alle vier Methoden gut kennen und selbstständig anzuwenden. Es ist nicht notwendig, alle vier zu praktizieren. Jede steht für sich und hilft. Ich würde dir empfehlen, zwei davon zu kombinieren. Im Schnitt kostet dich die Praxis dieser Methoden etwa 10 Minuten am Tag. Du kannst alle teuren Wundermittel vergessen, aber auch gerne ergänzend benutzen, da deine Haut in Zukunft Nährstoffe viel besser aufnehmen kann. Den Preis für den Kurs bezahlst du nur einmal und profitierst dauerhaft. Du bist unabhängig von Pflegeprodukten und Schönheitsexperten. Und du kannst sofort beginnen. Du bist unabhängig von Pflegeprodukten.